Hallo, da ist die Pol-Klobholzer. Kommst mit der Hobner Hose raus. So, jetzt sind wir im Einsatz. Das ist dein Herr, der Dichter. Aua! Klobholzer! Na! Kommst raus! So, wir brechen uns ein, kommst ihn hier. Das ist ein gefährlicher Amok-Klogänger, der muss vernichtet werden. Ich hab den Tatverdächtigen eingesprüht, der ist jetzt so benebelt grad, sehen Sie? Der Nebel. Haben Sie das Licht aus? Ja! Du Vollidiot! Und jetzt hat er das Licht ausgemacht. Und ja, ich hoffe Ihnen hat der Klobholzerinsatz gefallen. Das war der Erste. Vielleicht kommt noch einer. Schauen wir mal. Schau. Der Erste von vielen. Die Hose. Blöder Kameramann, kommst du da hin. Hahahaha! Filmst du noch? Jo. Ich schalte sie lieber aus, weil das braucht nicht die Leute wissen, was ich hier. Aufgrund extrem gewalttätiger Szenen können die folgenden Bilder nicht übertragen werden. Äh. Was? Sie sind noch da? Äh, kommst. Schlagen wir den Scheiß Kameramann. Äh, äh. Ja, Ania, Geräusche.